Moin ihr Schlawiner, hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich den Clemson Zerstörer Rang 4 bei den Amerikanern, Indiz gestellt 1919. Ich habe 4 1er Geschütze, also 4 1er Hauptbatterie hier 102 mm, 8,6 km Reichweite, habe 4 Drillingstropedowerfer, 533 mm mit maximaler Reichweite von 5,5 km Maximalgeschwindigkeit, ich bin ja nicht so der Zerstörer Freak hier und vor allem nicht der Zerstörer Ass, aber ich hatte eben gerade ein relativ gutes Match, habe ich 2 Schlachtschiffe rausgenommen und immerhin 6 Wassereinbrüche verursacht und 7 Tropetotreffer, ich muss aber dazu sagen, dass er eine irgendwie, ich habe das nicht ganz mitbekommen, irgendwas habe ich da getroffen bei ihm, und es war mit Sicherheit nicht mit der Artillerie, und er ist einfach abgebrannt, und die anderen komplett zerlegt und so, und das war richtig cool, weil ich fast, fast das gesamte Match durchläuft, das muss man auch erstmal hinkriegen so, ich gucke jetzt natürlich erstmal ein bisschen hier, dass ich, also davor habe ich gespottet, bin auch direkt zu C gefahren, war allerdings nicht diese Karte habe ich gespottet, bin erstmal abgedreht damit die, äh, mich so schnell zerschießen, ich meine ich kriege ja mit, ich kriege ja mitgeteilt, ob ich entdeckt werde oder nicht so, er denkt sich, schon mal prophylaktisch OP schießen, kann man ja auch mal machen ich kann natürlich prophylaktisch jetzt keine Tropedos raushauen wahrscheinlich würde irgendeiner wieder reinfahren, ist mir auch schon passiert Gremiaci Versuche ich mal mit rein zu gehen, irgendwie so vorsichtig zumindest Fenix gut, das hat sich erledigt Birnic Bambi fällt wohl hin, aber ist egal gut, dann würde ich es doch sagen, ich fahre zu C rüber wir schießen ganz schön, mach es weg jetzt der ist auch fast hinüber sieht schon mal nicht schlecht aus ok, es wird gecappt, bei C wird gecappt jetzt wurde ich auch entdeckt, ist natürlich klar, denn ich habe ja auch geschossen benutze selten die Artillerie bei Zerstörern, weil sich das nicht lohnt es sei denn, ich sehe der Typ ist so gut wie hinüber das weiß ich natürlich nicht, ist er der einzige dort oder nicht das kann ich natürlich noch nicht sehen es sind auf jeden Fall drei gegnerische Zerstörer unterwegs das bedeutet, hier ist noch Gefahrenpotenzial da ist auch schon einer der ist auch weg aber auch von dort wird geschossen und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Zerstörer ist das sieht hinter uns aus, also ok wir haben ein Gefecht davor, da wurde mein Haupttum zerstört und noch meine Flugabwehr natürlich ein bisschen blöde was könnte da sein was könnte da sein bisher war ich noch nicht sonderlich effektiv aber gut, manchmal ist es ja so, dass die letzten die ersten sein werden ja, irgendwas ist da eiii, da ist er tankt davor drin, echt jetzt gut, ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass er sich ablenken lässt so ungefähr bei, sagen wir mal sieben Kilometer Entfernung gehe ich mit Maschinenboost ran immer wieder schauen, wie er sich jetzt bewegt ich cap hier einfach mal mit, solange das noch funktioniert wir haben es ja auch gleich hier natürlich zusehen, dass er mich jetzt nicht trifft und ich darf auch ehrlich gesagt nicht zu nah ran denn ich brauche noch genug Zeit zum drehen er wird mich dadurch natürlich jetzt entdecken der wird ja wissen wo ich bin und der hat mich entdeckt trotzdem näher ran irgendwie näher ran näher ran näher ran also auf 5,5 muss ich kommen ich wechsel mal schon und jetzt muss ich mich natürlich drehen versteht sich von selbst oh oh er kriegt ganz schön was ab wenn ich Pech habe, kommen meine Tropfen gar nicht mehr rein scheiße gut, ich knall die jetzt raus damit gleichzeitig nachgeladen wird das ist scheiße dadurch habe ich jetzt natürlich gar nichts erreicht ich bin mir sicher, ich hätte ihn versenkt naja, so kann es kommen, ne uns egal, wir fahren ja eh noch eine Runde es sei denn, ich muss hier noch ordentlich Kills gut, da oben tummelt sich noch einiges das erste Mal, dass ihm nicht gleich so zerschossen wurde oh, da haben wir Kollegen unser Team hat die Führung übernommen ja, wir haben die Führung was haben wir jetzt auch verdient ich habe jetzt eine ganze Weile damit gekämpft diese verdammte Miyogi loszuwerden dazu musste ich natürlich noch alle Schiffe erforschen bevor ich die dann entfernen konnte obwohl ich mich mit der Miyogi weitaus besser schlage besser schlage als noch zu der Zeit als ich das Video aufgenommen habe also mittlerweile bin ich ganz ordentlich damit unterwegs was versucht er denn da auch weg gut und ich bin jetzt häufig Horscho gefahren ist ja mein erster Flugzeugträger ich musste natürlich erst mal auf die Ketten kriegen, was man wie das alles funktioniert ich habe ja kein Tutorial oder so gemacht und im Gegensatz zu Steel Ocean ist es doch ein bisschen anders weil man bei Steel Ocean viele Sachen selber also noch machen muss da ist nicht so viel automatisiert das ist teilweise schon irgendwie dürstlich weil auch so die einzelnen Reparaturen für einzelne Sachen ich meine das gibt es auch auf keinem Schiff da gibt es ja auch verschiedene Mannschaften da Leute die diese und jene Sachen reparieren oder warten oder was auch immer deswegen finde ich das schon ein bisschen übertrieben dass man da so viel selber machen muss aber ist auch nur objektiv subjektiv sage ich mal denn ich spiele da ja auch nicht mehr so häufig wie wurde entdeckt ich warte mal einfach ein bisschen drauf hier ich muss die 102 irgendwas ausrichten ja guck mal her hier oh schon weg damn it kleinen Treffer abbekommen der kleinen ist relativ ne ich weiß nicht ob ich den getroffen hätte aber wohl eher nicht ich habe nichts weggeschossen hier ne das ist Wahnsinn bin trotzdem gespannt wie die Runde danach läuft dann für mich persönlich ist es schon ein kleiner Triumph dass ich überhaupt noch am Leben bin um zu cappen könnte mir mal gut vorstellen dass sich da jetzt einiges rumtreibt und da ich schon beschädigt bin also wird schwierig wenn sich die jetzt da wirklich alle tummeln hier haben wir noch ein Zerstörerkollegen hinter der Insel sie cappen B gut das können sie natürlich auch darum geht es ja in dem Spiel ich frage es cappe ich jetzt A oder versuche ich den A ich schaffe heute nichts hier ich bin so einfach pro das ist ja wie so oft je mehr Torpedo-Bewaffnung also je mehr man abschießen könnte desto kürzer ist die Reichweite das ist ja wie so oft je mehr Torpedo-Bewaffnung also je mehr man abschießen könnte desto kürzer ist die Reichweite das wird auch knifflig weil hier eben so viele sind ich glaube die Nebelwand spare ich mir erst mal ich wurde entdeckt jetzt spreche ich mir nicht mehr ich gebe jetzt einen Boost rein ich werde ihn auch gleich brauchen ich wurde entdeckt ein bisschen in Bewegung bleiben hier seine Mut und ich würde sagen ich verzwiebel mich mal hier boom mal gucken ob noch irgendein Torpedo reingeht ah ja mhm interessant das irritiert mich jetzt irgendwie irritiert mich das der ist jetzt 12 Torpedos ausgewichen echt 12 Torpedos naja interessante Sache gut dann würde ich sagen auf der nächsten Runde verdammte Scheiße verdammte Scheiße das regt mich grad irgendwie auf ich würde sagen ich fahr mal gleich rechts hier um ein bisschen zu spotten irgendwie schauen dass ich hm das mach ich am besten um eine oder zwei Inseln erstmal kurven und dann wieder zurück einfach nur des spottenes willen um des spottenes willen um des spottenes willen so hier ich fahr jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem mit hier also bleibt jetzt erstmal in der Richtung hier ist natürlich jetzt blöd für die anderen weil da jetzt keiner aufdeckt für die auf der anderen Seite noch ist nix los man sieht schon die ersten Gegner ohja ok dann können wir gleich mal arbeiten kein Hit doch einen Hit mein erster Treffer der Minikase aber die Russe bei den Russen ist mir auch gefallen die ähm die laden schneller nach ganz langsam also allgemein laden sie schneller nach da knallt sich schon mal alles raus verstehe ich mach das jetzt einfach mal mit die haben ihn grad gesehen eben grad noch gesehen ich hab ihn grad noch gesehen Alter fahren nicht in die Dinger rein fahren nicht da rein fahren nicht da rein ok offensichtlich versucht jetzt jeder hier sein scheiße er troppte Nebelwand das ist schon ziemlich meine Maximalreichweite wir haben es gespottet aber keiner will eigentlich ran solange diese Nebelwand da ist werde ich mich auch nicht dorthin bewegen schneller kommt schneller schneller kommt schneller mir ist nicht drin wupp Wir müssen irgendwie vor, wir sind natürlich jetzt so ein bisschen hier eingezäunt von den Zerstörern Aber wir müssen dann irgendwie vorkommen Wir müssen irgendwie vorkommen Das funktioniert natürlich eher nur, wenn jetzt auch mal Leute hier vorstoßen Oh 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 Ja warum nicht? Hey 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 Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell So geht auf Obfassend, das ist nicht Isokase Da weiß ich, dass die Torpedoreichweite weitaus höher ist als meiner Das ist sie aber auch hier die ganze Zeit verstecken Irgendwie muss man da mal hinterher Blöd ist natürlich Jetzt verbuddelt er sich da wieder Ich will auch nicht die ganze Zeit kreisen hier Wir müssen irgendwie mal vorwachen Ihr könnt hier jetzt durch die Insel durchfahren Ich bin natürlich auch näher an den anderen dran Ich glaube das funktioniert auch nur so Ich muss das mal eben machen Ich meine natürlich soll man auch gar nicht so häufig schießen Denn man will ja unentdeckt bleiben solange es geht Torpedos, achteraus Guck, guck, den noch zerstörer ich sehen Der Kater zumindest Ich selbst wurde jetzt noch nicht entdeckt In jedem Fall sind wir von den Kollegen dort Oh Gott, wenn er doch nur direkt vor mir wäre So, da ist unser Ein anderer Team-Mate Das Blöde ist, ich kann jetzt so natürlich Keine Torpedos rausknallen Aber doch, ich werde es mal probieren Er ist weg Er hat ihn echt weggesemmelt Oh, der Typ von vorhin Auch weg Da ist man mal mutig Ich will mir was zeigen Bleibt am Leben Aber Frustrierend So, Admiral Hat mich entdeckt Das muss man natürlich gut abschätzen können Wie man jetzt Seine Torpedos hier Ich mache das erstmal so Scheiße, ich bin schon Bearbeitet hier Und zurück Oh mein Gott Ne Das wird nichts mehr Und ich bin gefickt Einmal unachtsam gewesen Mehr oder weniger Und man wird einfach zerlegt hier Das Blöde ist natürlich Ich kann jetzt Ich kann jetzt keine verdammten Tropedos mehr rausklinken Und ich müsste noch über eine Minute warten Dringend Feuerunterstützung Das ist das einzige was mir jetzt noch bleibt Die eine war ein bisschen zu weit vorne Obwohl er scheint Beschäftigt zu sein Oh, ich glaube nicht, dass sie noch reingehen werden Schade Ja, irgendwas muss man ja noch machen hier Scheiße Die Wand an uns jetzt Torpedos auf Backboard Das ist schön für die Torpedos Bringt mir aber nicht viel Komm, gib Gas, Junge Zu meckern Ja Tja Das war ja mal richtig beschissen Das war ja mal richtig beschissen Ich verstehe das nicht Ich habe mir so viele Videos angeguckt Also ernsthaft So viele Videos Wo die Leute da Mit Zerstörern unterwegs sind Und ich frage mich immer Was machen die anders Weil für mich sieht das aus Genauso wie Wie das Scheiß Den ich auch machen Das sieht genauso aus Die fahren ein bisschen Gucken halt Knapp ihre Torpedos raus Manchmal ein bisschen verfrüht Manchmal ein bisschen später Werden ein bisschen beschossen Das ist Wo ist da der Unterschied Ich verstehe das nicht Echt Ich verstehe das nicht Ist mir unbegreiflich Aber ist so Es scheint mir einfach zu blöd Die Dinger zu fahren Oder Ich begebe mich immer mit Situationen Weil ich denke Hey, ich fahre ja noch mit Kreuzer hier Oder so Genau Ich habe wahrscheinlich so Kreuzermove Moment noch drauf Oder so Ich weiß es nicht Echt Aber das ist jetzt auch Natürlich echt frustrierend Ich habe 23 Treffer gelandet Und da war nicht mal Irgendwie kritisch Oder so Also ziemlich für den Arsch Da war die Runde davor besser Und wir haben trotzdem gewonnen Offensichtlich Und ist natürlich schade Ich hätte gerne so eine Runde Wie die davor Wo ich die zwei weggesammelt habe Ja, das ist echt Also für mich ist das hier Echt so ein absolutes Glücksspiel Das ist so richtig Glücksspiel Für mich Ich weiß nicht Ich weiß nicht großartig Was ich dazu sagen soll Ich muss glaube ich erst mal Ausatmen Ein bisschen in die Ecke gehen Und mich ausweinen Trotzdem danke fürs Zuschauen Ja, viel Spaß Und beim Zocken Lass mich hinterlassen Und ein Abo Wenn ihr So ein Scheiß sehen wollt Naja Es sind ja nicht alle Nicht alle meine Spiele Laufen ja so ab Aber dieses liefert leider so ab Und ich habe es leider aufgezeichnet Trotzdem danke Und ja Bis zum nächsten Also ciao ciao